Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von unserem Gewinnspiel anlässlich des Erreichens von 5000 Abonnenten. Der Gewinner von letzte Woche ist... Herzlichen Glückwunsch, wir schicken dir Überschuhe, sobald wir deine Adresse erhalten haben, so schnell wie möglich los. In dieser Woche könnt ihr den Pearly Summi Pro Barrier WXB Softshell gewinnen. Dieser Überschuh zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr flexibel ist und sehr weich. Außerdem ist er wasserdicht und atmungsaktiv. Gleichzeitig bietet er durch das flexible Softshell Material einen sehr guten Halt am Schuh. Und das An- und Ausziehen ist auch etwas leichter als bei steiferen Materialien. Um die Überschuhe gewinnen zu können, kommentiert bitte einfach das Video. Gebt dabei an, warum gerade ihr diesen Überschuh gewinnen solltet. Zeit habt ihr bis zum kommenden Sonntag. Danach folgt dann der nächste Überschuh. Der Gewinner der Überschuhe wird im nächsten Gewinnspiel-Video von uns bekannt gegeben. Das war's für heute. Ich wünsche euch viel Glück beim Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Euer Olaf. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017